Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia und ich bin heute ultra motiviert, mit dir diesen Podcast zu teilen, denn ich hatte heute Morgen eine unglaublich schlaue Eingebung. Und zwar natürlich zum Thema Manifestation. Und wie du dem Titel entnehmen kannst, heißt der Titel Manifestation und Verlustangst. Warum das Manifestieren manchmal schwierig ist. Ich habe nämlich tatsächlich heute früh einen sehr deutlichen Zusammenhang festgestellt zwischen Manifestieren und Verlustangst. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, eine bestimmte Person, ein Ex, deinen Schwarm in dein Leben zu manifestieren. Und was das, besonders wenn du eine Frau bist, mit deiner potenziellen möglichen Verlustangst zu tun haben könnte, das verrate ich dir heute in diesem Podcast. Kurz was zu mir. Mein Name ist Alia. Ich bin Coach und Trainerin aus Berlin und coache vor allen Dingen online. Also du kannst mich deutschlandweit sozusagen buchen. Komm gerne auf meine Website www.mindfulconnection.de. Ich freue mich total auf dich und ich coache vor allen Dingen im Bereich Karriere, Beruf, Berufung, Manifestation und natürlich auch Beziehung und Liebesbeziehung, meine Coachees. Und ja, wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen möchtest, ich freue mich sehr darauf. Geh einfach auf meine Website und dann findest du alle weiteren Informationen dort. So, heute geht es aber um das Thema Manifestation und Verlustangst und was das mit diesen beiden erstmal vielleicht verschieden anmutenden Inhalten zu tun haben könnte, das verrate ich dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. So, jetzt geht es aber los mit dem super spannenden Thema Verlustangst und Manifestation. Vor allen Dingen Manifestation einer bestimmten Person, eines Schwarms, eines Exes, den du in dein Leben wieder integrieren möchtest oder zurückbekommen möchtest. Ja, darum geht es ganz viel bei YouTube-Kanälen. Ich verfolge immer mal wieder so Manifestationskanäle und finde das super spannend, dass es vor allen Dingen immer darum geht, seine Beziehung ins Leben zu manifestieren, seinen Ex, seine bestimmte spezielle Person, seinen Schwarm oder vielleicht sogar eine Person, die man noch gar nicht kennt. Also die große Liebe des Lebens sozusagen. Und ja, ich habe mir da sehr, sehr viele Gedanken zu gemacht. Erstmal möchte ich kurz mit dir teilen, dass ich dieses Wochenende auf einem Festival war und dort einen wundervollen Workshop gehalten habe über das Thema Loslassen. Und es war super berührend. Es waren irgendwie, glaube ich, 70 Leute in dem Raum und ja, ich glaube, irgendwie haben ganz viele geweint und ich teilweise auch, weil das Thema so anrührend ist. Loslassen ist ein großes Thema, was mich im Moment auch privat beschäftigt. Ich habe Lebewesen in meinem Leben, die sich aus diesem Leben verabschieden werden in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Und ja, mein Herz wird ganz schwer, wenn ich davon berichte. Das ist auch der Grund, warum im Moment meine Podcast-Folgen etwas unregelmäßiger kommen, weil ich einfach kaum Zeit habe und viel durch die Gegend fahre, neben Job, neben Kind. Weil ich mich einfach kümmern möchte um die Lebewesen, die ich liebe und die letzte Zeit mit diesen wundervollen Lebewesen. Ich sage extra Lebewesen, weil es menschliche und tierische Lebewesen sind. Also es sind sozusagen zwei unterschiedliche Spezies, weil ich einfach so viel Zeit mit denen verbringen möchte. Und ja, da der Podcast einfach im Moment so ein bisschen hinten überfällt. Aber ich freue mich, wenn du mich supportest, wenn du meinen Podcast trotzdem abonnierst, regelmäßig hörst, ihn verbreitest, ihn teilst mit Leuten. Ja, das ist mir eine große Freude, da geht mein Herz auf, wenn ich von dir supportet werde. Ich freue mich da einfach wahnsinnig drüber. Zurück zum Thema. Ich schweife heute etwas aus, weil ich einfach auch so eingenommen bin von diesem spannenden Thema. Ich finde das Thema Manifestation so unfassbar wertvoll, wenn wir wissen, was wir eigentlich anstellen mit unseren Gedanken, unseren Emotionen, was wir mit unseren Selbstkonzepten ins Leben rufen oder auch manchmal ungewünschte Ergebnisse ins Leben rufen. Das machen wir ja alle manchmal ganz gerne, vor allen Dingen, wenn unsere Selbstkonzepte nicht so wirklich überzeugend sind in einigen Lebensbereichen. Ich hatte das ja schon erwähnt, wir haben manchmal gute Überzeugungen, ein gutes Mindset in einigen Lebensbereichen, wie zum Beispiel im Job. Dann haben wir wieder hindernde, nicht förderliche Überzeugungen, Mindsets, Glaubenssätze in anderen Lebensbereichen, wie Beziehung zum Beispiel. Gerade wenn es um dieses Thema geht, ich möchte eine spezielle Person in mein Leben manifestieren, da stehen wir uns manchmal und immer wieder gerne selbst im Weg und leider besonders wir Frauen. Ich habe das in den letzten Reihen zum Thema Manifestation schon oft gesagt. Manifestation steht und fällt mit der Energie, mit dem Zustand, dem emotionalen und natürlich im Vorfeld auch mit dem gedanklichen Zustand, in dem du in deinem Leben bist. Wenn du in erster Linie in dem Mindset bist von Mangel, das heißt, wenn du deine Manifestation, wie zum Beispiel deinen Traumpartner, auf einen Sockel stellst und sagst, ich will Person XY unbedingt haben. Ohne diese Person bin ich nicht glücklich in meinem Leben. Nur wenn ich mit dieser Person zusammen bin, macht sie mich glücklich. Mein Leben ist nur dann wirklich von Wert, wenn dieser Mensch in meinem Leben ist. Und ich weiß aber nicht, weil kann der mich überhaupt lieben? Ich bin nicht gut genug für ihn und so weiter und so fort. Das sind alles Gedanken, die uns in den Mangel bringen. Und ganz ehrlich, egal wie ausgefeilt, wie reif du bist, egal wie bewusst du bist, wenn du ein solches Selbstkonzept abgespeichert hast als Kind, und ich persönlich kann mich davon nicht ganz frei machen, dann ist es unglaublich intensiv, wie diese Gedanken unbewusst wirken. Das heißt, selbst wenn du sagst so, ja, ich liebe mich und Person XY kann in mein Leben kommen, ich öffne mich dafür, ich bin liebenswert, ich bin wertvoll, das kannst du dir als Affirmation ständig runtersprechen, aber wenn du unbewusst trotzdem die meiste Zeit so denkst, ohne diese Person bin ich nichts, ohne diese Person ist mein Leben nichts, diese Person will mich wahrscheinlich eh nicht, das klappt sowieso nicht und, 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 all diese schönen Dinge, die wir uns gerne erzählen, dann rutschst du trotzdem 51 Prozent der Zeit in einen Mangel. Was passiert, wenn wir in einem Mangel sind? Wir fangen an, das, was wir uns sehnlichst wünschen, unsere Manifestation zu jagen, weil du das Gefühl hast, dass dein Leben noch nicht vollständig ist, dass du noch nicht richtig glücklich sein kannst, weil diese Person nicht in deinem Leben ist. Und oft fangen wir an, und da kommt die Verlustangst ins Spiel, oft fangen wir an, gerade wenn wir als Kinder Verlustangst erlitten haben, und das haben viele von uns, manchmal auch nur in einigen Anflügen, deswegen habe ich auch gerade gesagt, das trifft besonders uns Frauen, weil unsere erste Liebesbeziehung sozusagen mit dem männlichen Gegenpart ist. Und meistens ist es so, dass die Väter eher emotional abwesend sind, während die Frauen, die Mütter meistens da sind, wenn du einen Sohn hast, ist die Mama deine erste Adresse. Was emotionale Geschichten angeht, was eine stabile Bezugsperson angeht, und die Mama ist meistens leider noch trotz Emanzipation verfügbarer als der Mann. Deswegen ist es bei uns Frauen ganz oft so, dass wir uns leer fühlen, oder dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht vollständig, wenn der andere Mensch nicht da ist. Das hat natürlich auch noch patriarchale Geschichten, weil wir natürlich als Frauen früher wirklich aufgeschmissen waren, wenn wir nicht verheiratet waren. Klingt super blöd und super altmodisch, aber das spielt da im kollektiven Unbewussten auch noch mit rein. Das heißt, wir Frauen haben so das Gefühl, wir müssen uns um die Bindung kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir den Bezug, den Kontakt, die Verbindung zum anderen herstellen. Das passiert uns leider auch bei unserer Manifestation. Es heißt ja ganz oft beim Manifestieren, besinne dich auf dich, ziehe deine Energien zurück, zu dir zurück, stopfe deine Energie quasi nicht in den anderen, in das, was du dir wünschst. Und stelle es am besten auch nicht auf den Sockel und pack da deine ganze Energie, deine volle Aufmerksamkeit, deine volle Achtung drauf. Weil je mehr Energie ich ins Außen sende, desto mehr habe ich ja auch das Gefühl, es ist weit weg von mir. Es ist noch nicht da. Also bin ich im Mangel, weil es ist ja weg. Es ist ja nicht bei mir. Deswegen ist es super wichtig, da tatsächlich die Energie zu sich zurückzuziehen. Das heißt, wir Frauen fangen an, etwas zu tun, was eigentlich gegen unsere Natur ist. Anstatt unsere Energie bei uns zu behalten, fangen wir an, die andere Person zu jagen. Wie kann das aussehen? Wir fangen an, Textnachrichten zu schreiben. Wir fangen einfach auch an, emotional, energetisch unsere Energie auf diese Person zu stopfen. Und das spürt die andere Person tatsächlich. Denn energetisch sind wir alle in einem Feld verbunden miteinander. Das kennst du vielleicht auch. Du denkst an jemanden und diese Person meldet sich am gleichen Tag bei dir. Das ist mir vor zwei Tagen mal so gegangen. Habe ich an eine alte Kollegin gedacht und bumms, hat sie sich gemeldet. Und wir hatten seit drei Monaten nichts mehr voneinander gehört. Also es ist wirklich verrückt. Genauso funktioniert es. Wir sind kollektiv alle miteinander verbunden, unbewusst. Auch du und deine spezielle Person, die du in dein Leben ziehen möchtest. Das heißt, wir haben die Kombination Verlustangst und Manifestation, besonders bei einer Person, die wir in unser Leben ziehen wollen, insofern ganz stark miteinander verknüpft. Denn wenn wir das Gefühl haben, die Person ist weg von uns, haben wir das Gefühl, etwas fehlt. Das heißt, wir müssen es jagen, um es zu bekommen. Wir müssen aktiv werden. Das heißt, wir fühlen uns abhängig und bedürftig ohne dieses Menschlein, was wir manifestieren wollen. Das heißt, du strahlst das in die Welt aus. Du brauchst den anderen, um dich komplett und ganz zu fühlen. Und das wirkt ziemlich verzweifelt. Und diese Energie kann wirklich dafür sorgen, dass du deine Manifestationen, deinen Menschen, den du in dein Leben ziehen willst, total abstößt. Weil diese Person das spürt und merkt. Bei Verlustängstlichen kommt noch dazu, dass wir uns verantwortlich dafür fühlen, uns an den anderen zu binden. Und wir kennen es so, oder unser System kennt es so, dass wir unsere Energie nach außen geben, weil wir nicht gelernt haben, die Bindung zu uns selbst zu halten. Das sind verlustängstliche Bindungspartner oft. Die halten die Energie nicht bei sich, die geben sie ins Außen, weil verlustängstliche Bindungsmenschen fühlen sich dafür verantwortlich, die Bindung zum Anderen herzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Traumpartner, in Anführungsstrichen, manifestieren möchte, gebe ich meine Energie ganz automatisch nach außen und fühle mich verantwortlich dafür, dass ich irgendwas tun muss, um den anderen in mein Leben zu ziehen. Und ich kenne das von einigen Klientinnen. Ich kenne das teilweise auch von mir. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist es wirklich, die Energie zu dir zurückzuholen und dich nicht mehr dafür verantwortlich zu fühlen, dass du derjenige sein musst, der aktiv werden muss, um den anderen Menschen in dein Leben zu bekommen. Die Arbeit ist nämlich einfach eine innere Arbeit. Sagt sich jetzt so leicht, aber es ist tatsächlich so. Und wenn wir nach innen gehen, fühlt es sich für Menschen, die Verlustangst haben, so fremd an, weil wir es gewohnt sind, ins Außen zu gehen. Das heißt, wir haben noch mal eine Schippe mehr Herausforderung darin, den anderen Menschen zu manifestieren, indem wir bei uns bleiben, weil wir es nicht kennen. Und das ist mir irgendwie heute Morgen so aufgegangen, diese Verbindung da noch mal herzustellen, wie anstrengend das ist, für verlustängstliche Menschen, in der eigenen Bindung zu sich selbst zu bleiben und nicht ins Außen zu gehen, zum Anderen, nicht aus der Angst heraus zu handeln, weil wir glauben, wir verlieren den anderen, wenn wir nichts tun im Außen, wenn wir nicht für diese Bindung sorgen. Das heißt, wir kommen in einen ungeheuren Stress auch erst mal, wenn wir lernen müssen, die Bindung zu uns zu halten und nicht im Außen zu gucken. Das heißt, was kann man denn tun? Wichtig ist, das Vertrauen aufzubauen, dass wir loslassen dürfen, dass wir loslassen dürfen von dem sogenannten Ziel, den Traumpartner zu bekommen und uns wirklich auf uns zu beruhen, sich mit uns zu verbinden. Und wie geht das am besten? Es geht meiner Ansicht nach immer am besten über innere Kindarbeit. Denn der Anteil, der verlustängstlich ist, möchte erst mal von dir gesehen und gehalten werden. Denn erst wenn du dein inneres Kind integrierst, wenn du mit deinem inneren Kind sozusagen einen Pakt schmiedest, und ihm versprichst, bei ihm zu sein, kannst du vom Außen von der anderen Person loslassen, weil du jetzt für dein Kind verantwortlich bist. Das heißt, du kommst aus dem Stressfenster raus, dein Nervensystem beruhigt sich und wenn du entspannt bist, nimmst du wieder das Schöne in deinem Leben wahr, kümmerst dich wieder um dich, weil du weißt, du brauchst den anderen nicht, um glücklich zu sein. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Das heißt, du kannst den anderen und diese komischen Ansprüche an den anderen und an deine Manifestation loslassen und dadurch wird der andere kommen. Und zwar magnetisch, automatisch in dein Leben gezogen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß, besonders für Menschen, die Verlustängste haben, weil wir es nicht gelernt haben, dass Dinge zu uns kommen, wenn wir sie loslassen. Weil die Angst bringt uns dazu, festzuhalten und zu klammern. Und ich fand die Erkenntnis heute Morgen so einleuchtend, dass ich sie unbedingt heute mit dir teilen wollte, denn ich glaube, über diese beiden Komplexe hat noch nie jemand gesprochen. Verlust, Angst und die Manifestation deines Traumpartners, deiner Traumpartnerin. Ja, ich hoffe, das hat dich etwas aufgeklärt, etwas, wie soll ich sagen, inspiriert auch und dich dazu gebracht, nochmal nachzuspüren und vielleicht nochmal mit deinem inneren Kind zu arbeiten. Wenn du ein Coaching möchtest mit mir, ich mache ganz viel innere Kindarbeit. Ich hatte gerade eine Coachee, mit der habe ich auch innere Kindarbeit gemacht und es gibt nichts Schöneres, als diesen Prozess mit jemandem zu machen, jemanden zu begleiten, ihn zu unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Wie gesagt, www.mindfulconnection.de Ich freue mich total auf dich und schon mal kleiner Disclaimer. Ich bin so beseelt, ich möchte in den nächsten Wochen einen Workshop für Frauen anbieten in Berlin. Wenn du Lust hast, Zeit hast und Interesse, schau bei mir auf der Homepage www.mindfulconnection.de Ich werde da auf jeden Fall ganz zeitnah Neues hinzufügen mit Adresse, Termin und auch dem Preis und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alja. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.